kommendes projekt fragezeichen noch eine kleine info nebenbei leidings kaffee kommt erst morgen weil ich habe gehört der händler der es angeboten hat von letzte woche der hat es wohl erst morgen weil der laden oder so es ist eine es ist erst eine woche später ja die liefer bekommt also kann könnte ich morgen erst bekommen ja und dann kann man auch morgen salam netz play ledle der kaffee und das spiel das wird in naher zukunft reichen es wird sich erreichen und wir werden auch irgendwann spielen kommen das projekt fragezeichen das werdet ihr sehen irgendwann komme schon lüdi münchen 2 neu heute habe ich jetzt endlich gekauft weil ich einfach bock darauf hatte und hatte einfach bock mit neuen spiel zu kaufen oder auch im jahr war mir bock ist mir ja so bedienen zu lassen soll ich einfach wollte da kommen einer holst mir einfach da holst mir einfach einer und dann ja hat auch einer getan also schützi 2